Und herzliches Moin an alle, die wieder zusehen bei Dying Light 2. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen und es geht weiter mit einer neuen Folge Dying Light 2. So, gehen wir mal zu unserem Kontaktmann. Was ist das? Ein GAI-Zugangsschlüssel. Die Peacekeeper, sie haben ihn gefunden. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Du warst dabei, mir zu erzählen, was mit meiner Schwester passiert ist. Wo ist Mia? Geh zum Fischauge. Frag nach einem Mädchen namens Lawan. Gib ihr das hier. Damit und mit ihrer Hilfe erfährst du, erfährst du alles. Verstanden? Beschütze es. Wenn Walls es in die Finger kriegt, ist die ganze Stadt, alle werden sterben. Walls? Ist Walls hier? Ja. Sie kommen. Hörst du das? Abtrünnige, lauf! Wir gehen zusammen. Nimm das. Gehen wir. Zum Henker! Ah, unser verlorenes Lamm. Aber es ist gar nicht allein. Das können wir ändern. Schlachtet ihn ab! Parcourskampf. Verwenden Sie einen Sprung, um in Kampfhandlungen Ihre Mobilität zu erhöhen, laufen Sie auf ein Hindernis oder einen taumelnden Feind zu. Und halten Sie ihn gedrückt, um darüber zu springen. Drücken Sie den Sprung, um einen weiteren Gegner vor Ihnen mit einem Sprungtritt anzugreifen. Das sind die Rundlangen des Parcourskampfes. Später lernen Sie weitere Fertigkeiten, mit denen Sie Ihre Fähigkeiten verbessern. Okay. Machen wir doch. Ach, verdammt. Ich habe nicht mal richtig angefangen. Ah, nicht mal. Jetzt bist du dran. Wer ins Westen lässt, sticht, wird gestochen. Ach, so lecker. Oh. Oh. Ich mache dich fertig. Ja. Oh, verdammt. Boom. Zack, nur mal eins. Kaputt. So, jetzt bist du dran. Ja, komm. Hoppla. Ich eigentlich schon auch. Ja, gleich. Erstmal Looten. Hooten ist wichtig. Ich lauf gleich. Teile. Und Geld. Ja, dann komm. Den trag ich dich. Los, komm weg hier. Tahir, hörst du? Hast du meinen Schlüssel? Es ist Wals. Wir müssen weg. Aber den suche ich doch. Wir... Schnellen! Scheiße! Geh zum Lüftungsschacht! Schnell! Hier lang. Du zuerst. Was machst du da? Wals darf den G.I.E. Schlüssel nicht kriegen. Was? Lass mich raus! Fischauge. Lauf an! Geh! Da ist der Verräter! Hi, Dylan. Hallo, Kumpels! Lass den Lois! Warum hast du mich hintergangen? Der Schlüssel gehört dir nicht. Du kannst nicht... Wo ist er? Hier, drin. Das ist das Ende. Es tut mir leid. Wirst du sentimental? Nicht wirklich. Du stirbst ja nur. Mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet. Wunderschöne Tiere. Ich hab sie sehr geliebt. Eines Tages stürzte sein Lieblingspferd und brach sich das Bein. Ich dachte, Opa wird ihm helfen. Aber er zog einfach seine Pistole. Gab sie mir in die Hand. Er sagte zu mir, du tust ihm einen Gefallen. Dann drückte er meinen Finger, den ich am Abzug hatte. Ich schrie. Ich wollte, dass mein Großvater stirbt. Jahre später wurde mir klar, was getan werden muss, muss getan werden. Du lässt mir keine Wahl, mein Freund. da ist jemand. Da ist jemand. Ich lege, Jungscher. Kass ihn! Und weg. Und weg. Doch! Nein, 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 nein! Doch! Pfff! aber auch wie das unter wasser aussieht einfach nur mega echt schön und ich kenne kriegt voll cool okay hier unten gibt es nix also einmal auftauchen ich denke mal wir werden hier noch so einiges erleben zwar jetzt nicht mehr also jetzt nicht mehr hier in dem Ventilator hier Katakomben Entschuldigung was wird das denn aber im Laufe des Spiels werden bestimmt noch einiges erleben genau hoch hier die Leiter Reise ins Unbekannte ja Wer zur Hölle ist das? Er hat keine Biomacke. Ein was? Scheiße, er verwandelt sich. Tätik, schnell! Hängt ihn auf! Lass ihn krepieren! Scheiße! Nein, nein, nein! Warte! Scheiße! Was hab ich getan? Was da? Seh'n in den Schausten! Du Dammt, das Streuner! Kling den um! Jetzt ist er dran! Lass ihn verdammt noch mal in Ruhe! Harkon! Er verwandelt sich gleich! Das ist ein Problem! Ich dachte, der will ist einfach... Aber er ist ein Auszeiter! Er muss sterben! Er gehört zu mir! Kapiert's? Hab ich denn nicht gesagt, geh nirgendwo ohne mich hin? Hab ich's nicht gesagt? Wer zum Teufel bist du? Die reißen dich in Stücke! Sch, nicht jetzt! Ausgenockt! Er bewegt sich! Harkon! Leg ihn um, Harkon! Leg ihn um, bevor ich's tue! Wow, 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 wow! Bleib ruhig! Atme durch! Scheint, er hat sich nicht verwandelt! Scheint? Harkon, ich will das hier nicht! Du bist zurückgekommen! Blinzle, wenn du verstehst! Oh, fuck, mein Kopf! Oh! Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück! Und der Baseballschläger natürlich! Du bist am Leben! So soll es auch bleiben! Der Kerl bringt uns was um und du plauderst mit ihm? Mädels, entspannt euch! Sie haben Angst! Hättest fast ihre Werkstatt geschrottet! Wir müssen hier weg! Kannst du laufen! Aber ich... Versteh nicht! Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort! Ich muss zum Fischauge! Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe! Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln! Deine Eintrittskarte in die Stadt! Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel! Kannst dich jederzeit verwandeln! Du brauchst einen Biomarker und ich weiß, wo wir einen herkriegen! Komm! Harkon, er verwandelt sich wieder! Entspann dich! Alles unter Kontrolle! Alles wird gut, hey! Du bist schwach! Warte einen Moment! Trink! Ernsthaft? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Hört sich gut an, meine Damen! Vielleicht nächstes Mal! Schnauze, Harkon! Sie himmelt mich an! Warum hilfst du mir? Lernen wir uns doch kennen und finden es raus! Du zuerst! Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an! Du bist auf der Hut! Gut, dann lebst du länger! Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das noch vor? Ich bin ein... Ich war ein Pilger! Eine Stunde bis zur Dämmerung! Ich mein's ernst, Harkon! Er bleibt nicht über Nacht! Hier! Deine Waffe und dein Funkgerät! Auch als Pilger kommst du nicht ohne aus! Los! Gehen wir! Klar, mach die Tür einfach vor mir zu! Was soll das? Gut, was können wir hier klauen? Mopsen? Oh, ne Notiz! Infizierten mit Spielkarte! Pik aus Rammer! Alles klar! Nette Bude! Gewöhn dich nicht dran! Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner! Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte! Weißt du nicht, jeder Pilger ist ein Verbrecher! Mhm! Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt! Baut du V-Lampen zusammen, was? Ja! Du solltest nicht hier sein! Harkon setzt hier unsere Ärsche aufs Spiel! Verzieh dich! Jana und ich haben... Tut mir leid! Hab dich wohl erschreckt, was? Der Schlag hat gut getan! Wir sind quitt! Jana! Aiden! Was ist das hier? Unser Zuhause! Unsere Werkstatt! Sozusagen unsere ganze Welt! Du bist netter als sie! Hey! Lass den Scheiß! Sarah vertraut niemandem außer mir! Ja, außerdem kann ich besser kämpfen als sie! Also kann ich es mir erlauben, ein bisschen zugänglicher zu sein! Naja, wenn das so ist! Tschüss, die Damen! Nicht übel! Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da! Im Stadtzentrum! Hinter der Giftmüllhalde! Na! Ich muss da hin! Pech gehabt! Der einzige Weg führt durch den Tunnel! Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla! Fast unmöglich, da durchzukommen! Meine Spezialität! Wo ist der Tunnel? Nicht so schnell, Cowboy! Ohne Biomarker kommst du nicht weit! Du bist eine Gefahr für jeden! Und du hast ja schon gesehen, wie die Leute in Villedor auf Gefahren reagieren! Ja, aber ich... Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus! Ich hab hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach runtergegangen ist! Ich könnte helfen! Aber du brauchst einen Biomarker! Ohne kommst du nicht weit! Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer! Oh, scheiße! Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach! Hab mich nicht beißen lassen! Hier ist es anders! Hier ist jeder infiziert! Schon von Haran gehört! Villedor wurde auch isoliert! Sie haben Mauern gebaut! Uns eingesperrt! Aber genau das hat uns gerettet! Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht! Außer man kennt die richtigen Leute! Und das tue ich! Gehen wir! Ach, übrigens! Ich bin Harkon! Ich bin Aiden! Schön, dich zu treffen, Aiden! Willkommen im Paradies! Äh, ja! Ein wirklich sehr schönes Paradies! Einhalten wir mal Type! Ja, ich komme! Hi, Freunde! Äh, äh... Ei, ei, ei! Du hast es offensichtlich drauf! Ich war beim Militär! Spezialeinheit! Lauf, Junge, Lauf! Hat mir sogar gefallen! Außer wenn nicht! Ja, ich habe... Aiden, ich bin... Das ist nicht mehr... Das ist nicht mehr, das ist... ...weilных... ja du bist so schwach ohne hemmstoff hältst du nicht lange durch habe ich nicht alles zerschlagen als du mir das letzte mal gegeben hast das war nur das erste mal aber es wird besser wenn du überlebst versteht sich heißt dass ich hätte drauf gehen können okay also warum hilfst du mir ich weiß dass die leute in der regel angst vor euch haben aber mir hat ein pilger mal das leben gerettet ich war mal ein pilger jetzt bin ich infiziert reisen wird in zukunft sehr viel anstrengender herzlich willkommen zu deinem neubeginn mein freund sie dich um das sind schatzkisten meist ist da echt gutes zeug drin schaust dir an ich warte alles klar machen wir halten sie mal quer beim durchqueren vom willedorn nach dachhain aufschau denn die stellen mit dichten pflanzen zu merken an großen gelben bäumen sie sind gute quellen für honig kamille und andere ressourcen bei bedarf besteht auch die chance dort empfinden und das wird er spielt schon wieder also was heißt das scheiß wetter was soll es an orten wie diesen wird oft einiges verschnitten falls es jemand nicht vor einbruch der dunkelheit in einen bunker zurückschafft die entstanden nach dem abwurf der chemikalien manche glauben sie verzögern eine infektion dummer aber glaube du sammelst sie also nicht ein doch klar aber gläubische zahlen sehr gut dafür und geld nehme ich ja immer gerne es gibt eine besondere kiste auf die ich abgesehen habe komm mit ich zeig's dir ja ich komme gleich ich hatte hier genau teile öffnen okay folgen aber aber Vielen Dank.